Ich würde gerne ein bisschen was ausprobieren. Und zwar, ich schreibe ja gerade ein bisschen auch für das Album. Und weil drei EPs, da muss dann irgendwann auch mal ein bisschen was anderes passieren. Und ich hatte neulich so eine kleine Idee und da gibt man nicht so wirklich Text. Aber ich würde euch mal so ein bisschen was vorspielen, so eine Strophe und einen Refrain. Und dann könnte man so sagen, so ja, cool. Toll, scheiße. Finde ich cool. Geht das? Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. You hear me, you hear me, you let me be, you hear me, you let me be, forever your voice now. Hey, 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 hey I need you to look at me, girl Can you hear me, can you hear me Can you let me breathe Can you hear me, can you hear me 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 Can you hear me, can you hear me, can you hear me